Wir sorgen dafür, dass die Maschine in 25 Minuten rausgeht. Das heißt, in 25 Minuten wird das alles von uns gemacht. Natürlich auch von den fremden Firmen, da kommen noch die Betankungen dazu und da kommen noch die anderen Firmen dazu. Wir arbeiten als Team aber alle zusammen und das schaffen wir alles in 25 Minuten. Und zum Schluss kommt das Pushback und von den Schichtleitern wird dann hier die Kontrolle ganz groß geschrieben. Wir achten sehr viel auf die Kontrolle und dass das auch hier alles 100% alles läuft, dass die Maschine auch pünktlich rausgeht.